Hi Leute, ich bin's wieder, euer Hannibal, und es geht weiter mit Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Und ich hätte einfach gesagt, wir machen mal diese Attentatsmissionen hier. Ey, Kopfgeldjäger. Drrr. Warst du das letzte Mal auch schon dabei? Egal. R2. Ja, Mission 1, R2, D2. Wiederwertige Tänkste. Äh, Zero, der Hood, hat vorführende Persönlichkeiten aus der ganzen Galaxis zu entführen, um unter anderem von Übergabe an Separatisten Lösegeld zu erbeuten. Money, money, money! Sogar die edlen Jedi sind nicht vor den üblen Machtschaften des Hooden sicher. Oh. Iiiiea. Alter, da ist er. Rützel! Rützel! Das tut mir jetzt sorry, vielleicht ist es immer dasselbe. Hallo, na? Me got you. Yay. Mission completed. Oh, goldene Scheine. Weiter. Baa, du ekelhaften. Du bist ein ekelhaften. Yoda. Yodaa. Mission 2, Yoda. Yodaa. Jaaa, das kennen wir ja schon. Bla bla bla, Mr. Freeman. Jaaa. Jaaa, die edlen Jedi sind nicht da versicher und jetzt kam noch was. Ja, eine Bande, böser Kopfgeldjäger, hat sich zusammengerottet, um Tiros Pläne in die Tat umzusetzen, ihr nächstes Ziel. Jaaa, das kann man sich dann sparen. Hallo, na? Aua, greift mich doch nicht an. Michse angreifen, Michse. Michse das nicht mögen. Kannst fliegen? Yay, ich kann fliegen. Lach mich in Ruhe. Haha, gefunden. Mission completed. Bam, ich bin gut. Weiter. Das wird ne Folge, wo wir auf jeden Fall erst mal, hier die ganzen Missionen machen. Padme. Jaaa, Mission 3, Padme Amidala. So, überspringen. Braucht dich keine Sau. Nein, ich kann mein Exos nicht aktivieren. Dumm. Aaaah, leave me alone. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich. Lastert, ich hasst das. Neugreys. Dämpfer. Dämpfer. Mh. In der Tür. Dämpfer. Naja, dass ich gut bin. Das ist gar nicht ganz welches Zeug. Hallo, willst du mit mir tanzen? Ah, die schöne Musik aus den alten Teilen! Ich mag die Musik! Baaam! Vor allem, ich mag, dass wir goldene Steine bekommen. Und zwar jede Menge goldene Steine! Whoopi Goldberg! Whoopi Goldberg! So, Anakin! Bitte waspringen, bitte waspringen, bitte waspringen! Hallo! Danke! Tja, da ihr mir auf den Sack geht, muss ich euch wohl Crankenhaus klatschen! Au! Au! Kannst du? Ja! Ja! Du kannst! Weh, ich bin fast Crankenhaus! Fast Crankenhaus denied! Ja genau, schießt alle gleichzeitig auf mich! Ist klar! Au! Genau, schießt auf mich, während ich mich nicht bewegen kann! Wissen zieht es keine Herzen ab! Au! Na toll, nur weil ich den Boden berührt hatte! Wurde ich wieder nach hinten geportet! Alter, ihr geht mir auf den Piss! Und zwar alle! Perfondern! Oh, ich leuchte! Jaja! Ich hab einen! Ich weiß! Ich weiß! Oh, 64,9! Captain Rex! So! Ja! Hallo! Ja! Kaboom! Einmal kurz bauen! Und abwärts! Oh, da links! Ich seh dich! Ich seh dich! Ah! Du kannst nicht fliegen! Du kannst fliegen! Du kannst fliegen! Gefunden! Du kannst aber auch nicht füllen! Nee! Du kannst du noch mal nicht fliegen! Du kannst nicht fliegen! Ja! 47! Pro abgeschlossenen Hallo Plokon Plokon Yay Raumschlacht Ehhhh Huh Du kannst mir bestimmt irgendwie helfen Hallo Ich möchte hier landen Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei Hallo 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 Gefunden Yay Yay 48 Ich hab bald die 50 65 Aber erst bei 65 hätte ich die Hälfte, ey Oh mein Gott So Ach die Aaaaaaayla Aaaaaaayla Die mit den schlechten Fahrskills Beziehungsweise Flugskills Die Tuse Hallo Wo soll du sein Boah leck nicht Spiel Ist hier oben irgendwo? Hier zum Beispiel Bist du da? Hallo 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 Hmmmm, nö, irgendwie so gar nicht so. Yay. Meine Kunst ist Explosion. Und ich habe gefehlt. Zeit abgelaufen. Mist. Na, das kriegt man besser hin. Kann doch nur da vorne irgendwo sein. Die Eila. Wuppi, Goldberg. Oh, ich habe ja noch ein Turbo. Jetzt ist es aber auch immer wieder vergessen, dass ich ein Turbo habe. Hm, dann ist es vielleicht da oben. Hallo Eila. Bist du hier irgendwo? Hallo Na. Hallo. 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 Eila. Bist du hier irgendwo? Oh. Ein einfaches Ja würde mir sehr weiterhelfen. Hm, aber irgendwie ist es nicht hier. Was zur... Was zur... Hä? Wo steckt die Tuse? Hm... Kann ich hier echt gut verstecken. Geht es hier hinten irgendwo hin? Vielleicht? Wäre möglich. Hier zum Beispiel rein? Ne? Nicht? Ähm... Okay... Kann ich irgendwen abschießen? Kann ich irgendwen abschießen? Hallo? Hallo? Mir sagt ja keiner, Bart. Tro lolo 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 lolo? Miep? Okay. Uh. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Kann ich ja lang nach dir suchen, ey. Aber, oh mein Gott, war das episch. Oh mein Gott, war das episch. Das ganze Ding ist oben auseinandergeflogen, ey. Ich dachte, es geht nimmer. Oh mein Gott. Das Ding ist auseinandergeflogen. Einfach mal so, BÄÄM. Hallo, Obi-Wan. Jaaa, wir kennen uns doch. Wo bist du, Obi-Wan? Bist du hier? Na? Na, Opfer-Wan? Hm, ne, hier ist er schonmal nicht. Boah, ruckletzeg. Nicht toll. Bist du hier Opfer-Wan? Uh, hier ist er, hier ist er, hier ist er, hier ist er irgendwo. Hier ist er irgendwo. Ey, du Opfer, wo bist du? Opfer! Hallo? Wo ist der? Er ist irgendwo hier, das weiß ich schonmal. Da hab ich schonmal einen Ansatzpunkt. Neustart! 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 Hm. Ich weiß nicht, wenn ich mal hier Klack mach. Aber echt, ey. Wo ist er? Er. Es leuchtet hier doch. Sein Gesicht leuchtet hier auf. Hier wird's wieder schwächer. Muss ich das verstehen? Na ja, aber hier ist er nicht mehr. Tollolol. Hä? Hä? Okay. Hm. 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 Ach. Ich bin auch blind. Da. Klappe. Hallo, na? Boah, bin ich blind, ey. Ich bin ja fast so blind wie der Herr Maulwurf'n. Oh mein Gott, ey. Facepalm und so. Das ist was Feierliche. Aber auferst mal einen Schluck Cola. Kleiner hab ich mal nett. Mist. So zweite Reihe. Ahsoka! Ahsoka Tano! Wo zum... Ach, hier bin ich, äh. Mal gucken. Hier wird's schwächer Hier wird's stärker Oh Optisch Also die Zeit ist hier wirklich verdammt großzügig Bei meistens zu knapp und hier erwägen sehr großzügig sogar Maler Und weiter geht's Wir wollen ja hier noch durchkommen Pitwisto Wo ist Ihmchen? Hm, da ist Ihmchen schonmal nicht Hier brauche ich Ihmchen Alter, haltet mich nicht auf Ich hab's eilig Ich muss Herrn Fisto finden Tür öffnen Oh, hallo Billardkugeln Und hallo Kit Fisto Was machst du da so ganz alleine Im Dunkeln Mit dem Lichtschwert Ähm Falsche Antwort Man, spiel ich schon lange Wobei, da muss ich die Zeit vom Geldfarben noch Abziehen eigentlich Senator Organa Der mit den vielen Organen Oh nö, sag mir Oh nö, sey Was darf ich das ganze hier wieder machen? So, Tür auf Okay, sagst du jetzt echt? Ich muss das hier auf Zeit jetzt machen Ey, bitte not Moin 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 So, Bau Bau schneller Na los Na los War zwar eher unbehaftsüchtigt, aber egal Ach, da war Helm Au Hier, Crankenhaus So Tür auf Bist du nicht? Gefunden Ah Habtisch 53 Weiter Hallos, hallo Oh, jetzt kommen ein paar Klone Wexer Mission zwölf Wexer Okay, ihmischen ist hier irgendwo So Hm, der muss hier Bist du's? Nö Und hier wird das Signal wieder schwach Du bist wahrscheinlich auch nicht Du bist wahrscheinlich auch nicht Du auch nicht Du auch nicht Was Zua Habe ich irgendwie ein Schnellfeuer dabei? Nö 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 Oh, ich hab ne Sniperthuse dabei Ich hab ein Kinderball Ich hab ein Kinderball Ich glaub der ist hinter der Wand Aber die Wand kann ich ja nicht einreißen Ähm Oh, das hat irgendwas mit der Kiste da oben zu tun Die ich eigentlich kaputt machen kann Weil die Explosion nicht so weit hochkommt Schlecht? Zeit abgelaufen Dammit Weißt du was denn Dass du ein harter Brocken bist, Wexer? Weißt du was denn Ah Gibt doch Ach du bist Basuka, Mann Ihr Basuka-Männer, ey Ihr seid so schwer aufzufinden Aber echt jetzt So schwer Nächster Commander Cody Wo ist Commander Zack? Dann machen wir hier Commander Zack & Cody Im Weltraum Im Weltraum Das wird Ich komme näher Ich komme näher Ich komme näher Woah Da ist nix Nix ist nicht gut Achso, hier Hallo, na Bla 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 Okay Das hat jetzt mal irgendwie so gar nicht gebracht Aber also ganz gar nicht Ja 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 Die Richtung stimmt schon noch da unten Ach da bist du Hallo, na Ja Du bist wieder einfacher zu finden Du bist wieder einfacher zu finden Als Wexer Du bist wieder einfacher zu finden Yeah 55 Schnappszahl Aber das ist echt goldene Steine für die ihn leicht gemacht Aber für die Mission der Bodenmission und so gibt es wahrscheinlich auch goldene Steine Wahrscheinlich sogar für beide Seiten, oh mein Gott Boah, das Projekt könnte noch eine Weile dauern Komm an die Pawns Ja, ja, ja Okay, muss ich da rein? Ich geh einfach mal rein Ich lauter ihm hier So, ich komme näher Okay Ich bin wieder weg Nö, da ist nur ihm hier Irgendwo hier muss der aber sein Yeah, im Schlaf sind sie im Unbesiegbarkeitsmodus Ist für links Nö Oh Hallo, na Gefunden Der ist aber echt nicht schlecht versteckt Einfach so da in der Ecke gestellt Fast schon ein richtig gutes Versteck Echt Kompliment Das ist ein gutes Versteck So Luminara Die Dusse, die aussieht, als wäre ihr schlecht Weil sie ist ein bisschen grün im Gesicht Gewächter Bäm Django Die muss hier doch so langsam mal irgendwo sein Kann ich da links irgendwo lang? Oh ja, R2, R2, R2 Da hab ich doch was für Hm Das hat mir genau gar nichts gebracht M'kay Wo zur Hölle? Trololol Sassi Tose sieht Genauso aus Als ob sie da auch hingehört Und ist deshalb nicht zu sehen Ich gehe mal zurück Okay, ich werde Leider neint Hm Du machst Tschüss Yay Kann doch noch was hier mit zu tun haben Facepalm Ich bin dumm Sagst du, die kombinieren jetzt hier mit Zug oder so? Oh ne, die steht hier Oh mein Gott, war das jetzt knapp Weil ich gedacht hab, die kommt da jetzt mit Zug Hätte ich die da unten fast übersehen Und hätte mich nur wieder geärgert Weiter Yay, alle in einer Folge durch So mach ich das Ich bin aber nie Ja Eat code Ja du code ey Kannst mal nach Hause gehen Hm Das ist doch der Kaffeesucht hier, oder? Blablabla Red deutlich Ich hab irgendwie so das Gefühl, der ist hier unten Ist ja aber kein Eingang Ähm Okay So, wenn gar nichts mehr hilft Bomben Bam Wie jetzt sagste Wie jetzt sagste Irgendwie werde ich das Gefühl, ich losse, dass ich die Scheibe kaputt machen muss Nichts geht über meine Intuition Außer, so ziemlich alles andere Manchmal ist sie gut und manchmal ist sie einfach nur zum Wegwerfen So, und damit hätten wir in einer Folge schön alle Kopfgeldjäger-Missionen gemacht und sind doch ganz schön gut voreingekommen, was die Prozente angeht. Hier, wir haben alle schon mal gefangen. Ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. See ya, Leute, euer Hannibal.